viele menschen kommen zu mir mit der idee ich mache dann mal ein video für mein programm für mein buch für meine homepage und dann kann ich damit schon verkaufen doch leider funktioniert das heutzutage nicht mehr denn wenn die menschen dich noch nicht gesehen haben wenn du noch keine große reichweite oder sichtbarkeit hast ist es unwahrscheinlich dass die menschen mit einem video von dir vertrauen zu dir fassen und sofort ein produkt kaufen um besondere reichweite aufzubauen ist es wichtig dass die menschen erst mal vertrauen zu dir bekommen zu dir als expertin mit deinem wissen deiner erfahrung in deiner nische und das braucht leider etwas mehr zeit und du musst wissen dass heutzutage tausende von videos jede minute jede stunde hochgeladen werden und dein video ist nur eines davon und deshalb ist es besser in längeren zeiträumen zu denken und deine sichtbarkeit und reichweite langfristig zu erhöhen damit mehr menschen dich sehen und wahrnehmen um dann auch irgendwann von dir zu verkaufen ich bin sabine schmelzer und ich bin videoexpertin mit dem schwerpunkt video content strategie das heißt die richtigen inhalte finden für deine videos und ich möchte dir heute die 3v formel vorstellen die du kennen solltest wenn du mit videos anfängst denn früher als man werbespots gemacht hat oder werbe videos gemacht hat und die nur im fernsehen liefen hat man damit natürlich sehr schnell eine große reichweite bekommen aber heutzutage wo es so viele videos gibt auf so vielen kanälen ist das mit einem werbevideo nicht getan zu einem werbevideo habe ich früher schon mal ein video gemacht schau dir das an das ist sehr spannend und abonniere meinen kanal denn hier bekommst du jede woche neue tipps rund um das thema videos sich präsentieren positionierung und verkaufen die 3v formel die du kennen solltest das erste v steht für visibilität sichtbarkeit die menschen müssen dich erst mal sehen und kennenlernen und spüren damit du überhaupt bekanntheit bekommst denn hast du schon mal von jemandem gekauft von dem du noch nie vorher etwas gehört hast wahrscheinlich nur wenn es auf empfehlung war oder wenn es absolut überzeugend war aber wenn du selber noch unsicher bist mit dem ganzen thema videos musst du erst mal sicherheit gewinnen und ich überhaupt trauen dich zu zeigen also visibilität trau dich videos zu machen und damit rauszugehen damit die menschen dein gesicht sehen damit sie dich kennenlernen damit sie ein gespür für dich bekommen das ist der allererste schritt und das erste v das zweite v steht für vertrauen aufbauen indem du dich regelmäßig zeigst online mit regelmäßigen tipps oder videos zu deinem thema bekommen die menschen vertrauen zu dir und sie haben das gefühl sie kennen dich eigentlich schon weil sie schon mehrere videos von dir gesehen haben und wenn dieses vertrauen da ist dann sind sie auch irgendwann bereit bei dir etwas zu kaufen und wie baust du jetzt am besten dieses vertrauen auf das eine ist deine fachwissen und deine erfahrungen indem du darüber sprichst und genau die themen raus sie suchst die für deine zielgruppe interessant sind das dürfen aber auch dinge sein die du schon gemeistert hast hürden die du überwunden hast denn das macht dich glaubwürdig indem du zeigst dass du schritte oder punkte an denen deine zielgruppe gerade steht schon viel früher gemeistert hast wie du sie überwunden hast und dass du ihnen dabei helfen kannst ähnliches zu tun das ist ein ganz wichtiger schritt zweiter schritt für vertrauen und der dritte schritt oder der dritte punkt beim vertrauen ist du darfst auch mal sagen dass du nicht alles weißt denn keiner von uns weiß alles wir lernen ständig dazu und das finde ich auch so spannend dass es ständig etwas neues zum lernen gibt und du darfst auch einfach mal sagen das hat mich bisher noch keiner gefragt oder da muss ich mich erst schlau machen und bei mir ist es das thema spiegelreflexkamera und videos denn mein fokus ist mit einfacher technik mit smartphone oder webcam videos aufzunehmen und wenn mich jetzt jemand fragen würde wie mache ich das mit der spiegelreflexkamera dann müsste ich mich erst mal schlau machen also gibt auch mal zu dass du nicht alles weißt denn das macht uns wiederum menschlich und das schafft wiederum vertrauen und der dritte punkt für das v das dritte v ist verkaufen erst wenn du die ersten zwei schritte geschafft hast und dir damit reichweite aufgebaut hast vertrauen aufgebaut hast dann kannst du erst an das verkaufen denken und da kommen wir zu dem punkt dich regelmäßig zu zeigen und regelmäßig sichtbar zu werden wenn du was ich dir empfehle jede woche ein video machst denn der aufwand sollte sich ja auch noch im rahmen halten wenn du ein bestehendes business hast hast du bist du ja kein youtube star der regel nur seine zeit auf youtube videos verwendet also wenn du dich einmal pro woche die zeigst dann hast du natürlich auch mehr möglichkeiten auf deine angebote hinzuweisen nämlich einmal pro woche oder einmal im monat während du wenn du nur sporadisch videos aufnimmst oder zeigst hast du auch nur alle paar wochen alle paar monate die möglichkeit auf deine angebote hinzuweisen von daher ist diese kontinuität für die sichtbarkeit für das vertrauen und für das verkaufen sehr wichtig dazu habe ich auch schon früher mal ein video gemacht warum regelmäßigkeit so wichtig ist ich verlinke das hier oben und du kannst dir das auch anschauen abonnieren meinen kanal es lohnt sich wirklich ja und wenn du diese drei punkte einfach berücksichtig nicht mit dem ersten video verkaufen sondern erst mal sichtbar werden dann als zweiten schritt vertrauen aufbauen zu dir als person und dann erst an das verkaufen denken dann bin ich mir sicher dass du auch mit deinen videos erfolgreich sein wirst meine kundinnen zeigen mir dass ich bekomme rückmeldung endlich ich habe mehr produkte verkauft ich habe eine neue anfrage bekommen für ein training für ein seminar es funktioniert wirklich und meine kunden bestätigen mir auch selber sie haben mich gebucht nachdem ich ein video nachdem sie ein video von mir gesehen haben also behalte das im hinterkopf die drei faus visibilität vertrauen aufbauen und dann erst verkaufen und ich wünsche dir viel erfolg und möchte dir mut machen fang mit videos an bis zum nächsten mal eure sabine tschüss